Hallo Internet und Hallo YouTube. Ich komme zurück zu Minecraft Feat the Beast. Präsent Hermocraft und ich habe mir gerade angeschaut Legierung. Wir brauchen einen neuen Legierer. Zumindest auf dieser Seite brauchen wir ihn, weil es bringt mir nichts, wenn ich keinen auf dieser Seite habe. Der gehört eigentlich auch. Na gut, der gehört nicht drüber. Ja, ich habe einen Ton. Das wollen wir jetzt sicher, dass ich einen Ton habe. Ist ja gar nicht so, ich sage es eigentlich immer an. So, können wir den theoretisch machen? Oh, könnte man sogar theoretisch machen, wenn wir den Kessel hätten. Na, können wir eigentlich gerne einen zweiten machen. Machen wir gleich zwei Legierer. Einmal sicher bin, dass ich nur einen brauche. Da wird die was. So, nächste Frage haben wir noch. Haben wir einen Eingang? Haben wir einen Ausgang? Ausgang haben wir, Eingang haben wir nicht. Okay. Ich würde mit meinem Liebling spielen. Genau so mit den Kabeln, ähm, boah, zu 32. Kann ich eigentlich noch kurzfristig mal. 32 Kabeln, dann überlege ich, ob wir mal noch Stromkabeln. Strom wäre vielleicht nicht schlecht. Äh, von denen dürften wir eigentlich auch nicht mehr so viele anbauen. Die gehen uns jetzt nämlich auch ganz schön mit der Zeit langsam nur mehr aus. Die theoretisch könnte ich den ja eigentlich da hergeben. Hierher geben wir den Legierer. Kein Mangel. Wenn der theoretisch nimmt, dann können wir auch da hingehen. Strom zieht er. So, von der Theorie brauche ich jetzt nur eine Ausgabe. Also eine Eingabe. Und somit sind wir wieder mit. Das heißt, eigentlich von Adam Riesen her gesagt, könnte ich jetzt theoretisch und praktisch. Oh, Theorie und Praxis. Das ist... Das hat aber ein Legierer gemacht und weiß nicht, für was ich ihn brauche. Das ist hier wieder ganz intelligent von mir. Da gehört eigentlich noch ein Exkabel. Da gehört eigentlich noch irgendwas drüber. Ich hätte gern... Bäumchen. Die mir definitiv mal reinjagen kann. Dann hätte ich... Tempel zum Baunat, Tempel zum Baunat, Tempel zum Baunat, Tempel zum Baunat. Brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht. Was ich gern hätte, wäre... 16 Obsidian und Frend an Steel. Irgendwo haben wir da auch mal ein Feuerzeug gehabt. Was hat er jetzt vor? Kann ich euch gleich sagen. Wir gehen in die Hölle, aber an einem anderen Fleck. Was wir jetzt hier sind, brauchen wir mit Lapislazuli. Mal frage ich mich echt, dass ich so mit mir herumschleppe. Aber das bringt mir auf die Idee, dass wir vielleicht kurz... Kabel holen sollten nochmal. Davon haben wir jetzt aber wirklich gereichlich genug. Vor allem gerade auch von diesem Käbelchen. Machen wir mal kurz und besuchen wir unseren Queries nochmal. Wenn wir weiter tun würden. Wir könnten das ganze tropisch beschleunigen. Könnten wir... Ich würde das mir hier kurz mal ausreiben. So, den schneide ich dann zurück und davon hätte ich sicher selber genau 32 Meter. Somit können wir den hier abbauen. Die hier neu ansetzen. Wenn ich jetzt Kabel mit habe, wird das natürlich ein bisschen einfacher. So, da kommt ein Kabel hin, da kommt ein Kabel weg. Schauen wir mal kurz so weit, zusammen wir hier schon. So, das war jetzt nicht der Plan. So, das sieht ja von mir aus. Das war jetzt wirklich ein netter Plan, ehrlich gesagt. Scheint, dass sonst was so als drin ist in solchen Kisten. So, nein. Da hat man eine Hand von mir. Das ist das gleiche in Grün. Nein, nein, nein. So. Jetzt ist wieder das letzte Gehlos. Nö. Komm, wir haben Salz mit. Weil ich nicht weiß, warum wir Salz auf einmal haben. Das verstehe ich sowieso nie. Au, wir haben mehr. Die ist schon wieder voll. Ob Fotoschatz habe ich viel besser gesagt. Ach, du grüne, 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 neuner. Also das interessiert mich jetzt gerade wirklich nicht. Sollen wir teleportieren zu 0,0. Meine Hoffnung, wenn ich das denke, was weiter geht, mal. Hier geht überhaupt nichts weiter. Das ist armselig. Das richtig armselig, wie es hier weiter geht. Könnte auch daran liegen, dass ich vier auf einmal hier versuche, hier zu bekommen. Jetzt haben wir das dumpfe Gefühl, dass es der größte Blödsinn ist, die vier gleichzeitig zu laufen müssen. Wir machen das anders. Gibt mal hier. Gibt mal hier, machen das ein bisschen anders. Wir machen das so, dass das System sich selbst ein bisschen schneller abmachen kann, weil das bringt ja so nichts. So kommen wir überhaupt nicht weiter. So, die sind klar. Die sind dann nachher rauf. So, das heißt, ich muss es abbauen, weil das ist mehr hundertmal, wenn die hier weg sind, schneller. Das bringt man jetzt an die an, das wird die weitergehen. So, dalle, was haben wir denn noch? Ja, so, das haben wir 100.000 Nabel hier, die kein Schöning braucht. 100.000 Kabel, die ich gerade nicht brauche. Klamier mal. Jetzt möchte ich hier zwei geben. Das kann noch mehr als zwei. So, dann haben wir da zumindest schon die nächste Reihe gelegt. So, in etwa. Dann brauchen wir hier noch einen... Jetzt hätte ich eigentlich sogar irre, da würde ich sagen, okay, machen wir das mal so. Dann können wir hier noch sogar anschließen, wenn wir wollen. So. Schauen Sie, dann kriegt das wieder ein Kreuz her. So, ich lasse mich in die Hölle. Ja, das tun wir von Dorf, von weitesten, entferntesten Dorf weg und das ist das hier. Scherz, oder? Kannst du, wenn das erstmal passiert? Kannst du es mal nicht erinnern? Das passiert leider ab und zu. Da gehört eigentlich abgebaut. Leer, aber komm, ich auch Sack, oder? So, wo bauen wir denn unser... Portal hin, überhaupt? Besser nicht, wohin, wo die Dorfbewohner auch nicht hinkommen, so wirklich. Hä? Ich würde es am liebsten hier abbauen. Das Problem daran ist wieder... Kommen wir sicher her und wollen ja sicher was tun. Das ist eine blöde Idee. Das ist... Auch eine blöde Idee. Rätigere. Wo ist die Kirche? Da hinten. Wo kommen sie sicher nicht hin? Auf die Kirche rauf. Da geht keiner freiwillig rauf wahrscheinlich von denen. Somit... Bauen wir es in die Kirche. So. Da tut es lustig. Wie war das? Zwei unten. Drei daneben. So, das heißt... Hier. 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 Eine Erde, kurz bitte. Trittisch könnte es eigentlich drei hoch... Ein könnte es ja normalerweise... Genau. So funktioniert das. Wahnsinn. Ich zeige euch, ich bin tot. Also sollte der Motto hier doch drauf sein, muss ich was, oder? Trittisch gesehen, praktisch. Sonst muss ich mich überraschen, sonst muss ich so sein, Sapper. Schauen wir mal. Nein, er ist drauf. Der war auch nochmal sicher. Halt mal mal die Shift-Taste. Kann aus nichts viel passieren. Also weit weg sind wir rein für unseren anderen... Portal. Portal 2. 570 Meter, wenn's ne? Offiziell. Gut. Dann fangen wir mal zum Appen an. Die einzige Möglichkeit, dass man nämlich ein bisschen Rohstoffe bekommt, ich weiß noch nicht, also Rohstoffe auch bekommt, wenn man bedenkt. Hoppola. Das müssen wir schon da drüben eigentlich fast alles erschöpft haben und abgebaut haben mit der Hölle, also müssen wir woanders arbeiten und dort nicht auch rumgehen. Ich frage mich schon wieder, ob ich mich hier schon wieder... Achso, Salpeter haben wir da noch, okay. Salpeter kann ich leben. Wenn wir Salpeter haben, weiß ich sowieso noch immer nicht, aber es erwischt. So, das heißt, mal kurz ordnen hier. So, gehen wir sammeln. Cobalt, Larpy, also da ist ja wirklich alles beieinander, das ist ja schön. Müssen wir swappern. Das ist natürlich wieder super, ja, also das ist ja ein gefundenes Fressen für mich. Da haben wir einige Sapper noch. Also, die Apparatur wird dann eher so in der Hölle verbracht. Müssen wir so ganz böse sagen jetzt. Diamant nehme ich immer mit. Blöd, wenn wir es nicht machen, das ist Kobalt genauso. Verschaffen wir sogar so, dass man einen Verbindungsweg zwischen unserem ersten und zweiten Portal zusammenbringen will. Ich meine, theoretisch gesehen wäre es möglich, praktisch ist das immer so eine Sache. Fliegen wir natürlich jetzt lustig, bestellenweise. Ich würde es nachdenken, wenn es mich gerade abbauen, Blösten. Das heißt, ich würde es vergessen haben, zum Reparieren. Aber, wir haben Obsidian mit. Daher gesehen, relativ. Das wird auch interessant. Ich glaube, dass ich jetzt draufgebe, bei der Aktie, oder irgendwas anderes passiert. Machen wir das Spiel doch noch heute. Eigentlich ist unsere Form erkannt, ist eigentlich Quarz. Entschuldigung, das war jetzt nicht notwendig. Das ist von Reden, kommt man sich dann leicht vor Schlucknagel. Und dann kommt der Hustlinger dazu. Den haben wir eigentlich. Kennt ihr jeder. In der Aufnahme ist das natürlich saublöd. Aber wie man weiß, ich schneide meine Videos nicht. Die bleiben so wie sie sind. Und somit ist das natürlich auch drin. Leider. Dafür hast ich mich überhaupt nicht entschuldigt. Man müsste mich eigentlich eigentlich nicht entschuldigen. Das ist nur das menschliche ist eigentlich. Hat aber natürlich nichts in einer Aufnahme zu suchen gewesen. Noch mehr Kohle. Da haben wir Kohle nicht genug Ketten machen. Aber so viel Kohle haben wir gar nicht mehr. Wir haben jetzt auch ganz schön schon eigentlich Verlust gehabt. Gut, gehört dazu. Man hat viel Kohle verbraucht, ein Hand für gewisse Dinge. Gut, wir haben unsere Kohle-Generatoren am Anfang. Würde ich uns sagen. Das ist eine, die ich gerade nachdem ich Power-Sales genommen habe. Was natürlich definitiv die günstige Option war. Die sind ja im Mainstream günstig eigentlich auch immer. Also, dass die noch immer nicht geändert haben. Und auch nicht bei dem Spiel sowieso. noch mehr Kobold natürlich. Noch mehr Kobold ist das Ganze sein und sein. Das hat mir jetzt schon gefreut, dass ich den Netherrack los bin. Meine ganzen Netherrack verbrennt unheimlich. Ne, davon kommen wir schon wieder in den Netherrack. Ist auch gut. Habt was. Jetzt aufpassen, welchen Weg ich hier gehe die ganze Zeit. Eigentlich, der könnte mega zurück teleportieren dann. Was ich wahrscheinlich sowieso tun werde. Und ich vergesse, den Crew-Limitzen eben überall. Boah. Hänge ich fest. Ganz langsam. Weil wir von mir hängen geblieben sind. Ich finde, da war mal mehr. Ich finde, da war mal mehr. Fester war natürlich auch lustig zu finden. Auch wenn es mir nicht geblieben ist, gerade. Lapi. Redst und alles beieinander. Noch mehr Adritz. Aditert. So, hat er da eigentlich nur auf einen Laber irgendwo. Das könnte mir nicht so happen. Ansonsten. Ein bisschen Speed. Lapi. So, das Thema Lapis Lazuli nehme ich immer mit gerne. So, wo werden wir jetzt das da machen? Wegen dem Vorschein hat es. Unfassbar. Sehr unprofessionell von mir. Das machen wir so ein Erz. Das ist das nicht gleich mehr davon gewesen, ne? Das gehen wir mal da und da war glaube ich das, ne? Nein, doch da. Hubali. Hm, noch mehr Hubaldi. Ich möchte es abholen. Hier ist ein Skeptiker. Zu einfach ist auch nicht gut. Einfach ja, zu einfach ist nicht gut. So, die hat man auch mitgenommen. Durchbauen brauchen wir es nicht, sondern wir könnten jetzt den hier machen, weil, ne, in der Fallzug komme ich so auch nicht, das bringt mir nichts, das wäre zu lange. Ja, das ist nicht ein bisschen den Spaß weg. Teleportieren. Also, wenn man es schon kann, warum sollte man es nicht mitnehmen? Wenn ich jetzt so teleportieren würde, oder mit Befehl teleportieren würde, wäre der gleiche Effekt für mich. Wir könnten in dem Fall beides hier machen, also will ich aber nicht, weder noch das. Aber das lieber, weil es einfach ist. Und, ja gut, einfach, es geht einfach schneller auf MT. Ich würde denken, dass ein Erz, dass ich sowieso nicht weiß, für was wir das haben muss. Basalt. Räuspern, mitten in der Aufnahme wieder. Und jetzt kommt die Lava, das wäre es dann gewesen. Ich brauche zuerst einen Diamanten ab und dann hole ich mir das nächste. Hm, 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 hm. Das hat man geschafft, also mal durch. So, nächste Reihe. Also, ich klau es dann. Überraschenderweise natürlich so tief unten, dass wir es ohne Problem eins haben können. Bin ich gar nicht gewohnt, dass das mit Klostern passiert. Also, ich weiß nicht, wie hoch oben ich habe, nur. Gold. Ja, ja, da muss ich mitnehmen, wenn ich sie sehe. Ich habe blöd, wenn ich es nicht mitnehmen würde. Jetzt sind das ganz unumählich. Next one. So, ich werde jetzt einmal einen Schritt zurück. Dann weiß ich nicht, wie man drauf gehen könnte. Dann haben wir so einen Kobalt. So, dann wieder beim Portal. So, dann wieder beim Portal. So, dann wieder beim Portal.